so freunde das ergebnis von der nacht beziehungsweise von gestern abend frank seiner vertikal wie gesehen 2 meter 15 und dann kam auf beulichs noch 2 meter 5 und 1 meter 95 richtig starke fische drei stück noch im drill verloren schnurbruch materialbruch ist ja schwierig kannte direkt vor uns mit vielen scharfen steinen passiert trotzdem drei mega fische so geht es weiter alles wahnsinn das wollen wir hoffen naja klar